Praktisch Der Satz Das Telefonat Praktische Sätze für Telefonate Der Name Guten Tag, mein Name ist Anrufen Wegen Ich rufe an wegen Hallo Hier Sprechen Hallo, hier spricht Wie Wie Können Helfen Wie kann ich Ihnen helfen? Bitte Etwas wiederholen Können Sie das bitte wiederholen? Entschuldigung Etwas verstehen Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden Noch einmal Erklären Können Sie das bitte noch einmal erklären? Bitte Langsam Langsamer Können Sie bitte langsamer sprechen? Die Information Die Information Ich möchte gerne Informationen über Können Sie mir bitte sagen, wann, wie, wo? Der Termin Der Termin Etwas vereinbaren Ich rufe an, um einen Termin zu vereinbaren Vielen Dank Vielen Dank Die Hilfe Vielen Dank für Ihre Hilfe Auf Wiederhören Ich danke Ihnen Hallo Schön Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch Auf Wiederhören und vielen Dank Ich Sie Sich verfehlen Auf Sie Sie Entschuldigung, ich habe mich verfehlt Ich Sie